Jan Löhmannsröben, es gibt aus lauterer Sicht nur eine Szene, über die es, oder, naja, zwei sind es, aber eine, die vor allem Sie ganz genau betrifft, über die zu diskutieren ist. Mit Florian Dick haben wir schon drüber gesprochen, mit dem Gästetrainer Joe Ennox, auch Ihnen zeigen wir nochmal die Szene, die zur Elfmeterentscheidung geführt hat. Und dann würde mich interessieren, wenn der Monitor dann richtig steht, was Sie dazu sagen. Hier sehen wir es gleich nochmal ganz genau. Ja, also, wenn das kein V-Spiel ist, ja, leck mich am Arsch, Alter, ehrlich, wie kann man das nicht sehen? Äh, ja, fehlen mir ein bisschen die Worte, also, man sieht, dass ein Ellenbogen ganz klar reingeht, dass ich ein Gesicht kriege und, also, wenn das ein Schiri ist, weiß ich nicht, da soll der Cornflakes zählen gehen, aber da vorne haben wir eine Szene ganz kleinen Elfmeter, wenn das nicht gepfiffen wird, passiert das gar nicht. Und wenn man das, das, ey, platzt mir die Krawatte, ehrlich. Fühlen Sie sich betrogen um den sicher geglaubten Sieg? Betrogen, er spielt hier ein Superspiel, ja, keine Ahnung, was der Schiri sich gedacht hat, aber ich hoffe, der kann nicht. Ich hoffe, dass es nicht so gut ist, wenn man eine Woche nicht pennen, soll erst mal Kreisliga pfeifen und mal die Augen aufmachen, also, das ist ja eine absolute Frechheit. Ich könnte mir vorstellen, auch Sie schlafen heute Nacht schlecht, oder? Wieso, wir haben uns nichts vorzuwerfen? Nein, natürlich, aber genau deswegen. Ja, na, klar, ist das Frust, aber wir haben wieder ein gutes Spiel gemacht, die Mannschaft zeigte eine Reaktion, wir waren, wir waren ganz klar besser, Torchancen, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, klar dominiert, dann sieht man, Zwickau, das ist nichts mit Fußball, die haben fünf Funkturme da reingehauen und hatten trotzdem keine Chancen. Und durch so eine Sache ergauern die sich einen Punkt bodenlos. Dankeschön. 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 Vielen Dank.